Hallöchen, ihr Lieben! Ich dachte mir, ich nehme mal wieder die Kamera in der Hand, genau, in die Hand. Es ist mittlerweile ja schon wieder ein bisschen her. Es möchte einfach nicht funktionieren, dass ich regelmäßig Videos hochlade. Ja, das Ganze hat auch einen Grund. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen bereits Bescheid. Ich sag's jedes Mal, aber es ist einfach so. Auf Instagram, finde ich, kann man einfach viel schneller Sachen mitteilen, als das eben auf YouTube möglich ist. Wir liegen auf jeden Fall noch im Bett. Es ist kurz vor 8. Wir sind allerdings schon seit 5 Uhr, schlag mich tot, wach. Wir haben zwischendurch noch so ein bisschen gedöst. Aber, ja, wir werden jetzt gleich auch mal das Bett verlassen. Warum es jetzt schon wieder so eine kleine Pause gab, lag daran, dass ich eine Brust entzündete, eine Brustentzündung hatte und aus der Brustentzündung sich ein Brustabzess entwickelt hat. Und das Ganze musste dann operiert werden. Und, ja, die Woche davor war ich schon ziemlich am Ende, weil im Raum stand, dass ich stationär aufgenommen werden muss. Und, ja, aufgrund der aktuellen Umstände darf ja niemand mit ins Krankenhaus. Heißt, ich hätte auch Noah nicht mit ins Krankenhaus nehmen dürfen. Und als ich das gehört habe, ist es für mich so in der Welt zusammengebrochen. Das war so schrecklich für mich. Alleine dieser Gedanke daran, dass ich von meinem Kind getrennt werde, Ja, es ist zum Glück im Endeffekt nicht so gekommen. Das Ganze konnte zum Glück ambulant gemacht werden. Ich musste dann zwar danach jeden Tag zum Arzt, damit das Ganze gespült wird und Gesundheit dann auch in die Drainage gezogen werden kann und so. Aber, ja, das habe ich dann lieber in Kauf genommen, als von ihm getrennt zu sein. Ich meine, ich musste natürlich auch bei den Arzt besuchen, konnte ich ihn dann nicht mitnehmen. Aber das war ja dann nur kurz. Bei der OP war es dann halt, ne, von morgens bis nachmittags. Aber es ist nochmal was anderes, ne, als wenn man dann halt auch über Nacht von seinem Kind getrennt ist. Es ist alles gut, es verheilt jetzt hoffentlich so, wie es soll. Und ich stille auch weiterhin ganz normal an beiden Seiten. Wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat oder allgemein, ich glaube, es ist immer so bei Abszessen, dass die Wunde offen bleibt, einfach damit sich das nicht entzünden kann. Heißt, es muss von innen nach außen alleine verheilen und zuwachsen. Und, weißt du, schnupp, ja, wartet mal kurz. Ja, weiß ich mal, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Was sollte ich doch gar nicht sehen, mein Kleiner? Hm? Warte mal. Oh, das ist so besser. So, wo war ich jetzt? Ja, und da es ja an der Brust ist und die Brust nun mal nicht bildet, läuft aus diesem Loch quasi eben die ganze Zeit nicht raus. Ist ein bisschen nervig manchmal. Ich hatte... Aua! Bibi! Der kleine Mann hat jetzt hier seine Füße. Der tritt mich ganz gerne. Das ist so der aktuelle Stand. So, wir sind jetzt auf dem Wickeltisch angekommen. Wie ihr seht, der kleine trägt noch sein Pyjama. Es gibt jetzt eine kleine Katzenwäsche und dann ziehe ich ihn an. Ja, ich muss mal gucken, ob ihm das schon passt. Das sind die eigentlich Größe 68. Und, ja, jetzt fangen wir mal an, weil der Kleine hat nicht so viel Lust, hier Ewigkeiten einfach nur auf dem Wickeltisch rumzulegen. Wir sind mittlerweile in der Küche angekommen und wie ihr sehen könnt, das passt ihm schon voll gut. Ne? Das passt hier schön super. Also ich habe es halt unten einmal umgekrempelt, aber... Ja, an sich passt das wirklich schon sehr, sehr gut. Das ist der 68. Bibi! Was ist passiert? Du bist so groß geworden! Ja! Ja, und falls ihr euch fragt, warum er keine Socken anhat, ich lasse ihn manchmal ganz gerne barfuß strampeln. Und, ja, ich mache mir jetzt was zu essen. Ich hätte gestern Laugenbrötchen gebacken und ich glaube, ich werde das jetzt einfach mit Avocado essen. Genau, das Rezept kann ich euch gerne mal in die Infobox packen. Die sind sehr schön geworden, finde ich, und schmecken auch sehr, sehr lecker. Jo, mein Schatz, ich bin gleich fertig. Der kleine Mann hat, wie ihr vermutlich hören könnt, gerade nicht so viel Lust, alleine in einem Körbchen zu liegen. Deswegen mache ich das jetzt hier fix fertig. Ups, Salah. Ja, der hat auf jeden Fall gerade noch mal irgendwie 15 Minuten geschlafen oder so. Der ist im Stillen eingeschlafen. Aber als ich ihn abgelegt habe, ist er natürlich wieder aufgewacht. Dann eben mit Kind auf dem Arm. So, da kommt jetzt nur noch Avocado-Topping drüber. Und dann war es das auch schon. Ich habe mir jetzt erst mal ein halbes gemacht. Weil mein Hunger tatsächlich noch nicht ganz so groß ist. Und dann werden wir jetzt zusammen was frühstücken. Ne, kleiner Mann? Die Mama wird jetzt frühstücken. Guckt euch diese süßen Füßchen an. Wir sind jetzt wieder im Schlafzimmer angekommen. Ich werde jetzt im Bett frühstücken. Weil es einfach gemütlicher ist. Und ja. Ich bin derzeit absolut nicht so zufrieden mit meinem Sofa. Ich habe gestern auch schon nach einem neuen geschaut im Internet. Einen Moment. Nochmal. Ich hätte ja über das Sofa gesprochen. Ja, das sieht mittlerweile einfach erstens nicht mehr schön aus. Die Katzen haben das so ein bisschen zerstört. Ja, es sieht wirklich ganz schlimm aus mittlerweile. Und es ist einfach viel zu klein. Ich hatte das damals gekauft, einfach weil es günstig war und es schön aussah. Aber es ist einfach unpraktisch. Also wenn man es von Weitem anguckt, sieht es auch immer noch schön aus. Aber es ist einfach zu klein. Man sitzt da nicht gemütlich drauf. Und das Wohnzimmer ist zur Zeit gefühlt so ein richtig ungenutzter Raum. Einfach weil, wenn wir uns wohin setzen, wir uns ins Bett setzen. Einfach weil es viel gemütlicher ist. Ich kann das Nestchen auch auf dem Sofa nirgendwo richtig hinlegen. Einfach weil es zu klein ist. Genau, deswegen hatte ich gestern schon mal online geschaut, ob ich was finde. Und ich habe tatsächlich eins gefunden, was mir gut gefallen hat. Das war in so einem Anthrazit-Ton. Ich würde eigentlich am liebsten irgendwie so Beigefarbenes haben. Aber mit Kind und als Mensch, der viel Kleck hat, ist vielleicht ein Beigefarbenes Sofa nicht die beste Idee. Und ja, das was ich gesehen hatte, war extrem reduziert. Und ja, heute Nacht, als ich gestillt habe, war ich dann nochmal am Handy. Und dann war das Sofa nicht mehr reduziert. Ja, was soll ich dazu sagen? Kein neues Sofa für mich. Jedenfalls nicht dieses Sofa. Also das Sofa kostet jetzt wieder über 1000 Euro. Und das gebe ich definitiv nicht aus für ein Sofa. Deswegen, ja, werde ich weiter schauen müssen, ob ich eins finde, was mir gefällt. Und was natürlich auch als Wohnzimmer passt von der Größe. Aber ja, falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, wo es gute Sofas gibt, die jetzt nicht unbedingt 1000 Euro kosten oder mehr. Ja, ich hätte ganz gern einfach eins mit einer großen Liegefläche. Und was auch nicht ganz hässlich ist. Ihr wisst. Ich bin ein bisschen Optikmensch. Ja. Und ich könnte jetzt eigentlich den Haushalt machen, aber ich habe keine Lust. Deswegen ziehe ich mich, glaube ich, ins Bett. Und das ist übrigens der Beamer, der da steht. Und falls ihr hier Chaos seht, I'm sorry. Ja, das Bett ist nicht gemacht. Und dementsprechend liegen da immer alle Kissen und so, die eigentlich auf dem Bett drauf sind, auf dem Boden. Weil es sich nicht lohnt, das Bett zu machen. Genau. Und wir werden jetzt warten, bis die Post kommt. Ich hoffe, die kommt jetzt irgendwann Zeit nach. Es sollen nämlich heute noch zwei Pakete ankommen. Und dann muss ich nachher aber auch nochmal zur Post selber. Ich muss nämlich noch ein paar Briefe abgeben. Aber das machen wir erst, wenn die Post da war. Weil sonst verpasse ich die wieder. Und dann muss ich morgen oder übermorgen wieder zur Post, um Pakete abzuholen. Genau. Und jetzt schülle ich mich ins Bett mit dem kleinen Mann, anstatt den Haushalt zu machen. Für mich hatte die Tage noch ein Paket erreicht. Das kann ich mal mit euch zusammen auspacken. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ich weiß aber, was drin ist. Ehh. Der ist jetzt ein bisschen schwierig. Oh wow. Ich weiß nicht, warum das in so einen großen Platon kommt. Aber ne gut. Ja. Auf jeden Fall, das hatte ich bestellt. Das ist so eine... Ja, so ein Transferpapier für T-Shirts. Ich wollte nämlich ganz gerne für Noah und mich was bedrucken. Für mich ein T-Shirt und für Noah wahrscheinlich ein Body. Und dafür hatte ich das bestellt. Mal schauen, ob das was wird. Habt ihr mit sowas schon Erfahrungen? Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gemacht. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Mal schauen. Ich wollte das eigentlich schon vor ein paar Tagen gemacht haben. Aber bis jetzt ist das leider noch nichts geworden. Ich hatte hier jetzt mal alle Sachen hingeschmissen, die ich schon aussortieren musste. Und das sind noch nicht mal alle. Also ich habe die nochmal alle gewaschen gehabt. Und ja, die passen aber alle wirklich nicht mehr. Das sind alles Bodies, Schlafanzüge, noch ein Body. Oh, der ist auch so süß. Ja, also das ist schon einiges. Noch mehr Bodies, noch mehr Bodies, noch mehr Bodies, Strickjacken, Schlafanzüge, Hosen, alles mögliche. Also, ja, die Zwerge wachsen einfach so unfassbar schnell. Ich bin so froh, dass ich nicht viele Teile in 50 geholt habe. Und 56 auch nicht. Ja. Wir sind mittlerweile bei Größe 62 angelangt. Teilweise 68, je nachdem wie die ausfallen. Das geht einfach alles viel zu schnell. Und da der kleine Mann so schnell wächst, müssen natürlich auch immer wieder neue Sachen her. Und ich wollte euch mal die zeigen, die sind so unfassbar süß. Das ist einmal hier so ein Hemdchen. Das muss ich jetzt nicht aufklappen. Äh, das ist auch ein Hemd. Ein, so ein, so ein Body. Body Hemd. Auch total niedlich. Und das ist, äh, ein Set gewesen mit dieser Hose hier. Das ist ja voll meins, ne? Mit so Hosenträgern. So unfassbar süß. Die passen allerdings noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich fand das einfach so niedlich. Ja, und dann einmal hier noch so eine Lazule. Die passt da auch noch nicht. Wie viel Größe ist das eigentlich? Oh, das ist 68. Vielleicht könnte das bald passen. Aber die sind auf jeden Fall zu groß. Also die sind von, ähm, Next. Das ist von Zara gewesen. Und ja, ich schätze mal, das passt ihm vielleicht in einem halben Jahr. Im Herbst oder so vermutlich. So, der Lieferant war da. Katze freut sich über Verpackungsmaterial. Und ich zeig euch jetzt mal, was ich bestellt hatte. Ja, also erst einmal wieder. Ich find das so krass manchmal, wie die die Sachen verpacken. Wer denkt sich sowas aus? Naja, auf jeden Fall. Hier sind solche Stangen drin. Die kommen in der Küche an die Wand. Und da sind Kräutertöpfe. Genau, Kräutertöpfe drangehangen werden. Und hier haben wir einmal einen Rühmertopf. Den habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Genau, den hatte ich bestellt, um hauptsächlich Brot da drin zu backen. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist. Das ging jetzt super schnell. Ich hab den am Samstag bestellt. Genau, und heute ist er schon da. Sehr, sehr cool. Das krieg ich jetzt natürlich nicht. Einer Hand ist wirklich eine Herausforderung. Ja. So schaut der aus. Fand ich eine ganz schöne Größe. Nicht zu groß. Nicht zu klein. Also, wie ihr sehen könnt, die Stangen hängen jetzt. Hab ich sogar hingekriegt mit Baby in der Trage. Und ja. Jetzt brauch ich nur noch Kräutertöpfe, die dann da aufgehangen werden sollen. Ich wusste nicht, wo ich die sonst hinpacken könnte. Auf der Fensterbank wäre super gut gewesen, aber ja, da würden die Katzen dran gehen. Dementsprechend dachte ich mir, wäre das eine ganz gute Alternative. Und ja, wenn wir nachher eh zur Post müssen, kommen wir sowieso an einem Supermarkt vorbei. Und dann werde ich mal schauen, ob ich da irgendwie Basilikum und sowas finde. Für mich gibt es jetzt noch ein Stück von Bananenbrot. Der kleine schläft immer noch, aber ich glaube, der wird jetzt zeitnah auch wieder aufwachen. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon halb eins oder so. Und ich habe echt Hunger. Deswegen. Ja, das muss jetzt auch langsam gegessen werden. Ich bin jetzt in der Küche, wie ihr vermutlich erkennen könnt. Ja, wir haben das Haus bis jetzt noch nicht verlassen. Wir werden das jetzt auch nicht mehr verlassen. Das ist jetzt, ich glaube, halb sechs oder sechs. Und die Post hat dementsprechend schon zu. Das war ja der Hauptgrund, warum wir überhaupt raus wollten. Weil ich auf jeden Fall noch was wegbringen muss. Ja, werden wir dann morgen in Eingriff nehmen. Der Kleiner ist heute nicht so ganz gut gelaunt. Deswegen dachte ich mir, das muss ich ihm jetzt nicht antun und mir auch nicht. Dann werden wir das morgen in einem machen mit Einkaufen und so. Ja, ich bin jetzt am überlegen, was ich essen kann. Ich habe nicht mehr so großartig viel da. Beziehungsweise, ich habe natürlich, ich habe immer irgendwas da zum Essen, aber... Irgendwie nicht das, worauf ich Lust hätte. Ich kann gar nicht sagen, worauf ich Lust habe. Aber ich habe nichts Frisches mehr da. Kein Brokkoli oder sowas. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe überlegt, ob ich mir Dampfnudeln mache oder Milchreis mit Kirschen. Das hätte ich noch da. Oder ich mache mir einfach Backofen Pommes oder so. Aber ich habe keinen Ketchup. Und Pommes ohne Ketchup. Hm. Ich sehe richtig gut aus heute, ne? Ja. Ich glaube fast, dass ich das Video dann hiermit auch beenden werde. Wir machen heute vermutlich nichts mehr. Oh, dann kann ich morgen auch Kräuter kaufen. Gute Idee. Ähm. Genau. Bibi. Wir machen heute auf jeden Fall nichts mehr großartig aus. Überlegen, was ich essen kann. Und vielleicht noch ein bisschen aufräumen. Ich habe vorhin auch nur Haushalt gemacht. Mit ihm in der Trage. Das klappt immer. Beziehungsweise im Tragetuch. Das klappt immer am besten. Gerade Staubsaugen findet er immer sehr cool. Da schläft er eigentlich grundsätzlich bei ein. Das mache ich immer, wenn ich merke, okay, er findet irgendwie nicht in den Schlaf und wird so quengelig. Ähm. Dann mache ich ihn immer ins Tragetuch und staubsaug einfach die Wohnung. Und bis ich dann fertig bin, schläft er eigentlich auch immer. Ähm. Ich wollte das Video aber beenden. Genau. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Ich werde versuchen, wenn nicht wieder irgendetwas dazwischen kommt, in nächster Zeit die ganzen Videos abzudrehen, die ich geplant hatte. Ähm. Erstausstattung, Vorbereitung, Aufgeburt und so weiter und so fort. Und ja, dann hoffe ich natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Tschüss. Tschüss.